ARD Text im Auftrag von Funk Was geht ab Leute und herzlich willkommen zu... Alter wieso sehe ich mich zweimal? Was geht ab Leute und zwar heute mal ein ungewohntes Bild Nicht... RAM Wo ist... RAM STUDIO STUDIO Sorry hab ich vergessen, danke RAM konnte heute leider nicht mitdrehen Deswegen hab ich mir gedacht, Improvisieren mal Improvisieren Und bestellen uns einen Deutschlehrer her ARD Text im Auftrag von Funk Leute was wir heute machen Ich denk mir... Alter war das schein... Alter war das schlimm Hab mir heute gedacht Ich hab doch 100 Geschwister zu Hause Nutze ich halt zwei aus Nutzt aus? Was nein nein Das schreib ich mir hinter die Ohren Welche Ohren? Sieht man nicht ARD Text im Auftrag von Funk Ich lieb dieses Format Ich und Martha musst sagen Wir haben gedacht Sagt mal die soll einfach ruhig sein Was ist mit denen los Libia? Wie sagt man das? Blinden open the door Blinden open the door Danke fürs zuschauen Tschüss bis bald Was ich mir heute überlegt habe ist Tue ich einfach meine Schwester zur Seite nehmen Meine andere kleine Schwester Und drehen ein Wer kennt Adam besser? Video oder nicht? Fangen wir direkt an Mein ist das hier eingeblendet Der seins hier und das hier auch Ich hab mal die Gucken Die Regeln sind ganz einfach Hände unterm Tisch Warum? Hände unterm Tisch So oder? Zu meinem Kanal Wer die Antwort weiß Schnell Wir haben kein Buzzer Wir haben kein Geld für Buzzer Kein Geld da leider Warte einfach kein Geld da Wer es so macht hat 2-3 Sekunden Zeit Um einen richtigen Antwort zu geben Okay? Daraufhin hat der wieder eine Chance Auch seinen Antwort zu geben Ich vergleiche beide Chancen Ich schau mal nach vorne Schau mal nach vorne Machen wir doch Warte, nein, noch mehr nach vorne Ich lehnte euch noch zu vorne Nein Und wenn du recht hast Mach ich so Schau nach vorne Schau nach vorne Schnell von dir recht Okay? Das hast du verloren Nein, das machst du nicht bei mir Ich habe echt zu Ich will aber ohne, dass ich mehr nach zu sehen Gibt's kein Regeln Das ist mein Regeln Das ist mein Regeln Wenn ihr keinen Bock hat, steht auf Mach ich alleine Nein, mach mich schon hier Schlag hier rein Ohhhh Wer ist der Älteste erstmal Ja? Hä? Hä? Du Genau der Hä? Wer ist Ältester? Nein, es ist keine Frage zu dir Einfach nur so zum Reinkommen Wer ist Ältester? Du bist der Älteste Ja, du Und was muss man für Ältere haben? Hä? Respekt Aber hier im Haushalt bist du der Älteste Äh, das älteste Kind Das fühlt mich gar nicht Das fühlt mich gar nicht Ob der Älteste ist oder so nicht Was ist denn los, Digga? Ich stehe einfach da Aber da, hinterkamera Heinz, tut mir leid Tut mir leid Kann ich halt zocken? Erste Frage Wer Ist Mein Vorbild Unnice Hä? Du redest schon immer von ihm Scheiße Merkel? Hä? Kann doch sein Mein Vorbild? Du redest doch immer von ihm Von wem? Du willst doch immer so mit dem Video drehen Ist dein Traum Auf Youtube ist es ein Traum Vielleicht mit Unnice ein Video zu drehen, Digga Aber trotzdem ist es so falsch, oder nicht? Mein Vorbild Das Bild ist vorne Hey, bist du dumm? Ich weiß nicht Ah, mein Vorbild Du hast kein Vorbild Du bist dein eigener Vorbild Dein Video-Vorbild Ist das Gerät, Digga? Nein Doch, nein Ich schlafe nach vorne Ich schlafe nach vorne Nein, okay, zwei Antworten Ich sag nicht, was richtig und falsch ist Vielleicht kriegt ihr beide so Auf jeden Fall, mein Vorbild bin ich Hä? Warum laufe ich ganze Zeit für eine Frage? Ich laufe doch an jedes Mal an den Spiegel vorbei So, oh, oh, da ist der Zweite Frage Was? Wo? Wie? Was? Drei Hä? Zwei Schau nach vorne Sag mal nochmal die Frage Nein, stopp, sag nochmal Wer? Was? Woher? Was ist mein Lieblingsfilm? Ich habe euch tausendmal davon erzählt Stimmt nicht Was? Was war gestern? Bad Boys? Okay Sing mal einmal Bad Boys, Bad Boys What you can do What you can do What you can do Welcome for you Bad Boys, Bad Boys Bad Boys Was ist mein Lieblingsessen? Hände unter Tisch, versteht ihr die Regel nicht? Hände Hände unter dem Tisch Hände unter dem Tisch Hände unter dem Tisch Was? Wart doch mit mir zu spielen, Mann Reis Ja? Mit dieser Champignonsauce Und Pukenfleisch Hab ich noch gesagt Du hast nicht vollständig gesagt Dings Champions League irgendwas Nein Ich hab Nein Schau nach vorne Schau nach vorne Schau nach vorne Schau nach vorne Nein Ich wollte es schon vorher sagen Schau nach vorne Wer hat es als erstes gesagt? Schau nach vorne Schau nach vorne Drei Schau nach vorne Warte mal eins Eins Zwei Drei Du hast es Ich hab gewonnen eigentlich Ja, aber du kannst Du kannst vorn angehen Weil ich nur Weil ich nicht Reis gesagt habe Du hast auch nicht den gesagt Fleisch Fleisch Du hast nur flach Flach Flacher Spiel flach Spiel flach Spiel den Bein flach Die Bucht Missgeburt Wohin will ich mal verreisen? Ey, Hände Was sind Hände? Was sind Hände? Was sind Hände? Erzähl uns mal deine Hände Das sind Hände Wo sind hin? Unter dem Tisch Was ist am Tisch? Wer? Gib uns wenigstens ein Hinweis Ah, ein Land Kontinent? Ja, Kontinent Was ist das? Was willst du denn hier noch machen? So Ja, wir nehmen den Tisch wieder in dein Zimmer Es ist ein Land Es ist ein bekanntes Land sogar Gib euch einen Tisch Du hast gesagt Stadt Hä, was jetzt? In das Land In eine Stadt Ich habe eigentlich als erstes gemacht Ja, dann mach ich Mach du schon Spaß Aber Ja, keine Ahnung, Alter Das ist das letzte Mal, dass ich mit euch was drehe, ne? Wir diskutieren seit 1 Stunde die bei der Antwort Frau? Frankreich? Ja, Frankreich Land Okay, Stadt Ihr wisst das doch selber, Mann, ey Ihr kennt mich nicht, Digga Ach so Tag und Nacht Ach, du weißt, wo ich mal hinreisen will? Hast du mir noch nie gesagt? Mann, ich Mann! Jeden Tag, wenn ich schlafe gehe Eifel, weißt du was? Das wäre immer so schön Algerien wahrscheinlich Keine Ahnung, irgendwie so Okay, schaut nach vorne Du hast gewonnen Du hast gewonnen Ich war schon Algerien Nein Ich sag nur Ich sag nur Ich sag nur Schaut nach vorne Bitte mach nicht hart Ich will ein Ich will in den Karibik gehen Hast du noch nie Malediven? Nein, nein, nein Ich werde Malediven Angesprochen Ich höre jeden Tag Malediven das Lied Stimmt nicht Warum? Weil ich nach Frankreich bin Was für ein Tier wäre ich gerne? Wüstenfuchs Nein Ja? Nein, nein, nein Noch eins, noch eins Warte, nein, Wüstenfuchs Bleib bei mir Bleib Ich lass dir, wenn ich los Ich hab noch eins Auf jeden Fall ein Tier, das schwimmen kann Ja, genau, wollte ich sagen Ich wollte, aber Bleib bei einem Wenn du mich letztens verarscht hast Das hast du was wahrscheinlich getan haben Also letztens zu mir gesagt Fisch Dann hast du mich verarscht, ne? Ja, dann sag ich Fisch Das war ernsthaft Ist das eine Wahrheit oder war es eine Lüge? Ja, es gibt voll viele, was er feiert So, was er sein würde gerne Sag 3 und du sagst 3 Fisch Irgendeine Fischart Ein Panter Ein Panter Panter Und, äh, oder Wüstenfuchs Okay, warum Wüstenfuchs? Äh, Gisee Agieren Wollen wir? Agieren Ich würd sagen Vogel Und Fisch Fisch? Geht in die Beleidigung über die Schiene Und ein Hund Und ein Hund Du bist ein Vogel, ein Fisch und ein Hund Du wirst ein Vogel sein, ein Fisch, ein Hund und ein Schwein Dich interessiert auch vieles, was im Wasser sich befindet Stimmt, deswegen schwimm ich auch gerne Ja Wann war ich das jetzt mal schwimmen? Aber es gibt kein... Nein Der hat mich noch nie Wasser gesehen Der war einmal schwimmen Der war einmal schwimmen in seinem Leben Der war nur draußen Der war nicht einmal im Wasser Der war ein Hai hab ich gehört Der kriegt doch nicht rein, Digga Also drei Antworten, du hast hier drei Und du Es gibt kein Tiere im Universum Es gibt kein Tiere im Universum Ich hab nur gesagt, was für ein tier ich sein will Nicht, Digga, es gibt kein Plex, Lars, Nerv, Versum Witzig Du magst auch Universum sehr Was soll ein Universum zu dir? Was soll ein Tier sein will? Das war das letzte Mal, das war das Starbarkon verfotografiert in den Himmel. Wir haben aber dasselbe Blut. Die ruft ihn immer, der so, was willst du von mir? Die so, Sterne, Sterne, ich hab mal die Sterne. Lass mich. Es kommt halt weit, wir haben das Licht auf einmal, ne? Fakten sind auf Tische gelegt. Sag ich mal, Tiefen, was? Ich wollt nur ein Tier werden wissen. Boah, man denkt einen Auto gegen dich vorhanden, Digga. So wie so, du Postponster und dein Kissen da reingesteckt, Digga. Ey, ich hab einfach die Chance, euch eure Gelde zu zertippen. Mach jetzt! Was ist denn da? Was für ein Sternzeichen bin ich? Ich kann mich nicht ausprobieren. Das geh ich auch nicht an. Ich hab, du bist, äh, heuchter. Heuchter. Was hat ihr googelt? Ja, na, na, na warte. Er macht schneller googelt. Wer hat schneller googelt. Mal mit dem Google-Wettbewerb. Oh, du mit deinen Bambus, das ist von mir, lieber. Der hätte nicht übergugelt, der muss noch herunterladen. Weißt du, ganz jetzt, Skorpion? Ok, du, sag, dass der zweite auch rauskommt. Verbindung wird erst mal hergestellt. Auf ganz easy. Stirnzeichen. Weißt du, wie der Gesicht stich, Stirnzeichen. Stirn. Was kannst du überhaupt weg für mich? Kann man, irgendwann. Doch, doch, pass was ist hier. Also ich muss mich nicht verstecken, weil ich weiß, dass ich recht hab. Was bin ich? Skorpion. Ich sag Krebs. Okay, okay, jetzt aber. Krebs und Skorpion. Was ist stärker von eurem Kopf her? Was ist stärker? Wer ist gefährlicher? Krebs, dich, 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 dich. Was für ein Sternzeichen bin ich? Meine Schwester lockt Kuh ein. Also Skorpion. Skorpion. Sorry. Für mich sicher. Sie ist sicher. 100%? Jaja. Ja. Hör auf mir nachzusprechen. Hör auf mir nachzusprechen. Mein kleiner Bruder lockt Krebs ein. Mr. Krebs. Komm doch endlich zur Entscheidung. Ich bin Sternzeichen. Ich bin Sternzeichen. Zwilling. Nein, stimmt nicht. Das ist richtig. Juni ist Zwilling. Stimmt nicht. Ich schau was auf das Nerven. Ich bin Zwilling. Na hi. Na hi. Ich bin Zwilling. Hallo. Es kommt hier im November oder so. Stern. Oh fuck. Also ich muss mich nicht verstecken, weil ich weiß, dass ich recht hab. Ich bin mir sicher. Das war's mit dem Video, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen besseren Fall. Lasst ein Like, abonniert unseren Kanal. Wenn ihr es nicht getan habt, folgt dem hier auf Instagram. Gib doch. Der hier auf Instagram. Folgt mir auf. Nochmal. Gib nochmal, das war gar nichts. Das war nichts. Das war nichts. Das war nichts. Wollt ihr noch mehr teilen von uns denn? Dann. 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 Dann.